Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal Aktien und Edelmetalle. Heute gibt es ein Update zum Gold- und Silberpreis und wir haben Freitag, den 30. Juli 2021 um ca. 17 Uhr. Im Silberpreis möchte ich beginnen am Tageschart und hier ist recht schön zu sehen, das ist der Hauptgrund auch dieses Videos, inwieweit diese gelbe 200 EMA Linie zu werten ist. Und meines Erachtens rein technisch gesehen, wie man auch an den Kerzen schön sehen kann, ich summe es mal ein bisschen weiter rein, hat diese ein großes bärisches Potenzial, denn wie zu sehen ist, hier Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, Montag. In dieser ganzen Woche wurde schon mehrfach versucht, diese anzulaufen bzw. zu überschreiten. Darunter ist auch dieser Widerstand bei 25,5 US-Dollar. Den müsste ich ja rein theoretisch noch rot einfärben, aber sei es drum, im gestrigen Handelsverlauf am Donnerstag, wie in dieser Kerze zu sehen, war ein großer oder langer Spike nach oben. Da war eben der Versuch in dieser Woche eben diese 200 EMA nach oben zu durchbrechen, wurde aber seitens den Bären wieder nach oder darunter abverkauft, sowie auch unter diesem Widerstand bei 25,5. Und im heutigen Tagesverlauf ist hier mit einem ganz winzig kleinen Kerzenkörper in Rot zu sehen, wie der Versuch nochmal stattgefunden hat, diese zu überschreiten. Bärisch nach unten wieder aufgelöst wurde und seither tendiert der Silberpreis unter den 25,5 US-Dollarn. Und da kann man aus rein technischer Sicht schon raussehen, inwieweit eben diese 200 EMA-Linie einen Widerstand einem bärischen bildet. Und für den Silberpreis wäre es natürlich auch jetzt auf Monatsschluss sehr vorteilhaft, wenn diese zumindest nach oben überschritten wird. Denn falls wir auch in diesem Monat noch darunter notieren im Silber, gehe ich, wie schon öfters in meinen Videos erwähnt, davon aus, seitdem wir eben diesen bärischen Abverkauf hier hatten, in der Grün-Zurgrün-Box und hier noch darunter hinaus, in den letzten beiden Wochen gehe ich rein technisch davon aus, dass wir weitaus tiefer fallen könnten. Und da wisst ihr ja, kommt die nächste Unterstützung beim S2-AP Wapoint bei 23,74 US-Dollar und nach eben das 61,8 Retracement bei 22,83 US-Dollar. Wenn es eben der Silberpreis nicht, wie eben erwähnt, die über die 200 EMA noch schafft, wäre es technisch gesehen eher schlecht. Denn auch im RSI kann man recht schön sehen, da habe ich die grüne Linie mal etwas verlängert. Ich muss sie noch gerade hinziehen. Es ist eben so, dass wenn der RSI hier diese grüne Linie auch nicht nach oben rausnimmt, noch heute, sage ich einmal in diesem Monat, in Anführungszeichen, wäre eben die Tendenz rein technisch gesehen da, dass der Silberpreis hier weiter darunter notiert. Und wenn dieser weiter darunter notiert, fehlt eben auch der Druck von den Käufern. Und das wäre auf den Chart projiziert, immer noch dieses Niveau unterhalb der 200 EMA-Linie. Auch im MACD hier unten zu sehen, hat sich ein kleines Bullish Crossover gebildet. Ich gehe davon aus, das war die Kerze vom gestrigen Handelstag am Donnerstag, da wir hier eine ziemlich lange Kerze, wie im Chart zu sehen, gebildet hatten. Also diese Kerze hier. Und ich denke, dass dieses Bullish Crossover hier sich nicht weiter nach oben vollziehen wird. Ich persönlich gehe davon aus, rein aus technischer Sicht, dass das eben hier so ein kleiner Fake-Ausbruch war nach oben mit dem vorher erwähnten Docht überhalb der 200 EMA-Linie. Und dass wir uns im MACD hier auch wieder eher Richtung Trend abwärts bewegen werden. Denn das nächste Tief im MACD wäre hier diese Spitze vom 31.03. diesen Jahres. Und ich gehe schwer davon aus, dass wir diese Richtung nochmal einschlagen werden auf Tagessicht. Auf Wochensicht, da möchte ich auch mal kurz hochgehen, ist es folgendermaßen, da sehen wir im RSI, wie wir eben auch auf Tagessicht erkannt haben, dass sich die Linie hier immer noch unterhalb der von mir hinterlegten grünen Linie befindet. Und solange sich hier nichts Signifikantes tut, wäre auch kein Signal in meinen Augen vorhanden, dass wir weiter höhere Kurse sehen. Denn dazu müsste der RSI auf Wochensicht auch zumindest über dieser horizontalen Linie notieren. Und das tut er eben noch nicht. Und wenn wir uns den MACD auf Wochensicht kurz zugrunde legen, da sieht die Sache eben anders aus gegenüber dem Tages-MACD. Und zwar hier auf dem Wochen-MACD ist dieser Abwärtstrend noch intakt laut diesem Indikator. Und es deutet sich hier nichts an, dass eine Trendumkehr stattfinden würde, denn dann müsste eben die grüne Linie sich eher wieder Richtung Norden bewegen. Und da haben wir eben vom 6. April bzw. vom 4. Mai eben dieses Tief. Und wenn wir dieses Tief hier weiterhin auf Wochensicht anlaufen, können wir hier schon erkennen, am Ende dieser grünen Linie stehen wir bei einem Wert von rechts 0,11. Und wenn wir diesen Wert auf minus 0,62 von diesem eben erwähntes Tief hier erreichen, würden wir eben auf Wochensicht auch im Chart deutlich erkennen, dass wir hier die 50er EMA noch im Weg hätten. Und die Unterstützung bei 24,5 sowie auch den S2-Pivot-Point auf Wochensicht bei 24. Hier ist aber auch klar zu erkennen, dass 61,8 Retracement bei 22,83 US-Dollar wäre noch ein Auffangpunkt, eine Unterstützung, die wenn nicht halten würde, wir uns durchaus, wie schon mal erwähnt, die 200er EMA-Linie hier nähern würden. Und da liegen wir bei fast 20 Dollar, um es genau zu nehmen, bei 20,64. Und wenn diese dann nicht halten würde, ganz klar, dann muss man das Ganze sowieso noch mal neu aufrollen. Aber wie man hier auf Wochensicht schön erkennen kann, befinden wir uns weiterhin oder wieder auf dem Niveau vom Juli 2020. Und wenn wir uns hier allein diese Unterstützung bei 24,5 zugrunde legen, kann man hier in der Vergangenheit recht schön sehen, inwieweit der Silberpreis hier immer bullisch nach oben aufgekauft wurde, bis hin zu diesem generierten Aufwärtstrendkanal, der sich hingezogen hat von Ende März 2021 bis eben Mai, Juni 2021. Und im Wochenchart ist auch schön zu erkennen, diese 50er EMA in Rot, diese hält relativ gut bis jetzt. Und da ist eben abzuwarten, wie sich der Silberpreis im Laufe des Handelstages von heute, da ja eben auch Monatsschluss ist, wie er sich da verhält. Und wenn eben der gewisse Impuls schon langsam nicht kommt und wir hier auch kein höheres Hoch bilden, wie die 1, 2, 3 Wochen zuvor, denke ich, geht es eben auch wieder treppenstufenweise hier nach unten weiter. Denn wie in dieser Woche zu sehen, hatten wir ein tieferes Tief gebildet, wie die Woche zuvor. Und dieses Tief war auch tiefer wie die dazugehörige Woche davor. Und wir hatten auch kein höheres Hoch seit 4 Wochen gebildet. Und das müsste eben erstmal technisch nachvollziehbar sein, dass wir hier ein höheres Hoch zumindest zur Vorwoche bilden. Und dann kann man natürlich auch wieder von weiter steigenden Kursen sprechen. Und dann gehe ich gleich mal zum Goldpreis rüber, hier auf Tagesbasis. Der sieht im Verhältnis besser aus. Da haben wir im RSI folgendes Szenario. Wir stehen immer noch überhalb der horizontalen grünen Linie. Das ist ein positives Zeichen. Das bedeutet, hier sind auch mehr Käufer im Markt wie Verkäufer, speziell im Goldpreis. Und solange wir uns überhalb dieser Linie befinden, wäre es für mich auch kein technisches Signal, dass wir jetzt noch deutlich tiefere Kurse sehen werden. Das kann sich natürlich auch von heute auf morgen drehen. Aber bis dahin verlasse ich mich auf diesen technischen Indikator, sowie auch auf Tagessicht im MACD hier unten. Da sehen wir hier ein klares bullisches Zeichen. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass wir nach oben rausschießen im Tageschart oder im Goldpreis. Aber die Indikatoren deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit doch höher ist, höhere Kurse zu sehen wie tiefere. Und soweit es hier im Chart rein technisch zu deuten ist, kann ich aus meiner Sicht sagen, dass wir hier ein sogenanntes, ja, mehr oder weniger Doppeltop gebildet haben. Wir kommen hier an der heutigen Tageskerze zwar in rot raus wahrscheinlich, aber dieser Widerstand, den ich auch in grün zeichnen jetzt müsste als Unterstützung, dieser wurde heute schon angelaufen, nicht unterschritten. Und solange wir uns heute noch, beziehungsweise auch auf Monatsbasis hier überhaupt befinden auf diesem Preisniveau, dann würde es für mich rein technisch nicht dafür sprechen, dass wir darunter rausbrechen. Denn wir haben darunter noch die 50er rote EMA und die 200er gelbe EMA. Und da ist der Goldpreis eben darüber. Diese hatten wir auch schon im letzten Video kurz bewertet. Und da kann man recht schön sehen, als der Goldpreis sich darunter befand, war es ein, ja, schon hoher Widerstand. Aber da mit dieser Kerze von gestern diese beiden Linien durchbrochen wurden und wir seither nicht mehr darunter notieren, gehe ich davon aus, dass wir auch eine gewisse Unterstützung hier dann daraus ziehen können. Und dann gehe ich kurz auf die Woche hoch. Und zwar ist es in der Woche so, da stellt sich das Bild ganz anders wie im Silberpreis. Und dann zoome ich hier mal weiter rein. Und zwar hatten wir 1, 2, 3, 4 Wochen jeweils ein höheres Hoch gebildet und ein höheres Tief. Dann kam der Abverkauf in der letzten Woche, ich sage mal so, der kleine Abverkauf, wo aber auch die Unterstützung hier bei 1796 gehalten hat. Und dieses Preisniveau, glaube ich, kennt der ein oder andere meiner Zuschauer auch mittlerweile schon auswendig. Und in der heutigen Woche hat dieses Preisniveau auch gehalten, wie man hier schön sehen kann an diesem Docht da unten. Und wir haben wieder ein höheres Hoch und auch ein höheres Tief gebildet. Wenn ich hier das Fadenkreuz mal anlegen darf, kann man schön sehen, die linke Kerze in rot daneben ist der Docht etwas weiter nach unten. Und in der heutigen oder in dieser Woche eben ein höheres Tief und ein höheres Hoch. Und es bleibt eben auch abzuwarten, wie sich der Goldpreis jetzt noch im heutigen Tagesverlauf verhält. Denn im RSI hier oben stehen wir auf Wochensicht leicht nach oben geneigt überhalb dieser horizontalen Grünlinie. Und das deutet für mich eben darauf hin, dass wir eher wahrscheinlich weiter höhere Kurse sehen wie tiefere. und im MACD hier unten können wir hier unsere umschlungenen beiden Linien hier so deuten, dass wir jetzt mit dieser gelben Linie eben die blaue Signallinie gerade dabei sind, diese von unten nach oben zu durchbrechen, eben ein Bullish Crossover vollziehen. Und auf Wochensicht ist das natürlich mehr zu bewerten wie auf Tagesbasis. Und wenn es hier auf Wochensicht sich so andeutet, könnte man, wie gesagt, eher davon ausgehen, dass wir höhere Kurse sehen wie tiefere. Das muss natürlich auch nicht nach oben rausschießen im Goldpreis. Denn wie ihr ja wisst, die Inflationsdaten von dieser Woche seitens der Notenbank in den USA sind gestiegen, beziehungsweise die Inflation ist zum Vorjahr und zum Vormonat gestiegen. Aber wie es eben im Edelmetallbereich auch so ist, spielt das in der heutigen Zeit auch keine Rolle mehr. Und ich, wie ihr wisst, gehe davon aus, dass wir dieses Jahr zumindest auch im Goldpreis weitaus höhere Kurse verzeichnen werden. So um die 2.000 bis 2.400 US-Dollar. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und rein technisch gesehen, so wie es jetzt aussieht, wäre es speziell im Goldmarkt so, dass wenn wir nicht mehr signifikant unterhalb der 50er EMA hier laufen, sondern uns darüber halten und dann hoffentlich auch den Widerstand bei 18,58 hier weiter anlaufen. Sobald wir diesen überschritten haben, zurück in die weiße Box, denke ich, würden wir in diesem Anlauf gleich die Wochen darauf eben dieses Preisniveau, wo ich eben erwähnt hatte, noch rausnehmen. Ich bin da sehr optimistisch, dass wir im Silbermarkt natürlich einen Abverkauf sehen könnten, bis auf die 22 beziehungsweise knapp 20. Ist rein technisch gesehen nicht unwahrscheinlich. Aber im Goldpreis, solange wir uns auf diesem Niveau, wie eben erwähnt, halten und nicht mehr zurück in den Abwärtsrendkanal fallen, denke ich, werden wir Stück für Stück, Stufe für Stufe weiter nach oben tendieren. Und solange die Indikatoren wie im RSI und im MACD hier sich keine Trendumkehr anzeichnet oder ankündigt, bleibe ich dieser Meinung auch treu. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es würde mich wie immer freuen, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.